Im heutigen Tipp vom Support schauen wir uns an, wie wir Standardtext für Ausdrücke aus dem DEWI QUICK, also DEWIS, Offerten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen hinterlegen, respektive anpassen können. Die Texte, die wir in diesem Video bearbeiten werden, sind Standardtext. Das bedeutet, sie werden standardmässig auf jeden Ausdruck übernommen, bis wir individuell pro Projekt etwas anderes definieren. Die Ausgangslage ist wie folgt. Wir arbeiten im DEWI QUICK mit den Formatvorlagen, die Ihnen von SORBA zur Verfügung gestellt worden sind. Das sind die mit dem STD hinein angefügt. Und wenn wir den Ausdruck machen, erkennt man die Formatvorlagen auch ganz einfach am SORBA Logo oben links. Es ist wichtig, um mit diesen Formatvorlagen zu arbeiten, weil wir sicher sind, dass die entsprechenden Variablen für Vorbemerkungen, Zwischenbemerkungen und auch Schlussbemerkungen auf dem Format hinterlegt sind. Wenn Sie nach dem Tipp vom Support für Ihres Unternehmen auch entsprechende Standardtext hinterlegen möchten, die aber auf Ihrem unternehmensspezifischen Ausdruck nicht erscheinen, liegt das mit grosser Wahrscheinlichkeit daran, dass die entsprechende Variablen nicht eingebaut worden ist. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Aussendienstmitarbeiter von SORBA an, damit er Ihr Format entsprechend anpassen kann. Jetzt aber zu den Standardtexten. Wenn wir ein neues Projekt im DeWiCric offen haben und auf Drucken, Offerte, Drucken gehen, haben wir drei Menüpunkte zur Verfügung für die Vorbemerkung, Zwischenbemerkungen und Schlussbemerkungen. Wir schauen uns mal die Vorbemerkungen an und sehen, dass hier bereits ein Text vorhanden ist, obwohl wir ein ganz neues Projekt eröffnet haben. Das sind genau die Standardbemerkungen, die wir ändern möchten. Wir können direkt hier in diesem Editor die Vorbemerkungen ändern und die würden auch normal auf unseren Ausdruck übernommen werden. Allerdings sind die Anpassungen, die wir hier machen, nur für das spezifische Projekt gültig. Wir möchten aber den Standard selber anpassen, der für alle Projekte übernommen wird. Um den Standardtext für sämtliche Projekte anzupassen, schliessen wir das Fenster wieder, das ebenfalls, und klicken auf den SORBA-Würfel oben links und wählen dann Programmverwaltung. Hier gehen wir unter Einstellungen Programme, DeWiQuick, auf Drucklayout und es öffnet sich ein neues Fenster für den Standardtext vom DeWiQuick. Wir haben hier für jeden Ausdruck, der machbar ist, einen eigenen Menüpunkt. Und innerhalb von diesen Menüpunkten wieder Funktionen für die Vorbemerkungen, Zwischenbemerkungen und Schlussbemerkungen. Genau hier können wir den Standard für die entsprechenden Ausdrücke definieren. Funktionieren alle Standardtext gleich? Wir schauen uns stellvertretend den Standardtext vom Offert-Ausdruck und zwar von den Vorbemerkungen an. Wir öffnen das Fenster und ergänzen die Vorbemerkungen, die jetzt schon enthalten sind, um Muster Text für Vorbemerkungen. Nachdem wir die Anpassungen gemacht haben, wählen wir Text sichern und verlassen das Fenster wieder mit dem Kreuzchen. Eingangs haben wir gesagt, dass der Standardtext auf alle neuen Projekte übernommen wird, nicht auf Projekte, die schon bestehen. Damit wir den neuen Standardtext testen können, eröffnen wir darum im Projektquick ein neues Projekt. Um das Video aber nicht unnötig in die Länge zu ziehen, zeigen wir die Eröffnung im Schnelldurchlauf. Jetzt wählen wir wieder Drucken, Offerte Drucken und wenn wir jetzt nochmal die Vorbemerkungen auftun, sehen wir, dass unsere hinzugefügte Position zum Standardtext für das Projekt übernommen worden ist. Und auch wenn wir den Editor schliessen und uns die Offerte auf dem Bildschirm anzeigen lassen, ist unser Text in den Vorbemerkungen normal enthalten. Genau gleich wie wir den Standard für den Offerte Ausdruck und die Vorbemerkungen angepasst haben, können Sie vorgehen zum einzelnen Text definieren für Offerte, Auftragsbestätigungen, Devis und natürlich auch Ihre Rechnungen. Sobald Sie Ihre Anpassungen beendet haben, denken Sie bitte daran, die Domäneinstellungen zu sichern. Einfach nochmal oben auf den SORBA-Würfel und Domäneinstellungen sichern wählen. So sind die Anpassungen für sämtliche Benutzer gültig. Das war es bereits wieder mit dem heutigen Tipp vom Support. Wenn Sie in Zukunft kein Video verpassen wollen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal direkt unterhalb des Videos.